Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute sind wir als Killer unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kann hier auch irgendwie... Ah, da ist ja alles beschrieben. Ich kann hier auch noch Fallen aufsammeln. Wir sind nämlich der Fallensteller. Falle zurücksetzen. Und heute wird mal ein bisschen geschnetzelt. Mal gucken, wie ich mich überhaupt schlage. Ob ich hier überhaupt einen sehe. So, wie kann ich denn hier... Ah. Erstmal ein paar Überraschungen platzieren. Hallo. Komm her, hier. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Komm, gehen wir mal andersrum. Oh, das war ja pfiffig von dir. Yummy. Ja, schmeiß die Palette um. Oh nein. Dann mache ich die kaputt. Ah, hier. Oh. Wo bist du? Oh, wo hat er sich denn versteckt? Das war wohl nix. Immer kaputt machen hier. Immer diese Hindernisse. Du machst mir den Job schwer. Ich pass hier nicht durch. Ich bin einfach zu stabil. Wo bist du hin? Ist der schon heile? Oh. Boah. Das ist ja ein Ding hier. Ich habe jetzt aber nicht noch einen Gen geschafft, oder? Das ist ja... Ei, 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 ei. Na ja, gut, gut. Kein Problem. Wo seid ihr? Kann ich mich hier auch teleportieren, oder sowas? Irgendein Special Move machen? Auch hier mal ein kleines Präsent. Es können natürlich auch Ablenkungen sein hier, ne? Hallo. Ja, was erblicken meine Augen denn da? Wo bist du? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Oh, das gibt's nicht. Ich brauche nur noch einen Gen. Lauf, kleines Mädchen. Hallo. Lass mich raus hier. Wo bist du? Oh, ich habe gar keinen Fallen mehr. Das ist ja mal... Hi! Ich konnte nicht nachschlagen. Komm her, hier. Wo bist du hin? Komm zu Papa! Wo hast du dich verstanden? Wo hast du dich verstanden? Ja, hallo! Kommt mir ja hier! Jetzt wird ihr schnitzelt! Ihr seid ja alle hier hinten. Ja, Beine! Und jetzt wirst du sterben. Kann ich die kaputt machen, solange... Habe ich den... Ach, ich habe den ja auf dem Arm. Das ist ja praktisch. Oh, ich kann da selber auch reinlaufen. Das ist ja natürlich sehr ungünstig. Ich bin in meine eigene Bärenfalle gelaufen. Das war jetzt aber nicht nett, ne? Man leuchtet nicht einfach anderen Leuten in die Augen. Hallo! Wir kennen uns doch. Komm her! Ich habe da einen wunderschönen Haken für dich. Oh, komm mal mit. Guck mal, der sieht doch aus wie für dich gemacht. Oh! Hoppala, da ist mir wohl mein Messer ausgerutscht. Was war das? Hallo! Und er sagt bloß, du wolltest seinen Platz einnehmen. Komm mal her! Ja, ja, ja! Da schreist du, ne? Oh, wo ist er denn? Der ist doch schon wieder hier beim Chen, oder? Noch nicht? Die können schon fliehen? Das ist ja ärgerlich. Ist noch jemand hier? Hallo! Ihr seid an der anderen Tür, ja? Das habe ich gesehen. Die dürfen mir nicht alle hinkommen. Ich kürze ab. Oh, wer ist denn da hinten? Hier war auch noch einer. Oh! Wo seid ihr hin? Welche Tür haben die offen? Ah, die haben mich von der Tür weggelockt. Ihr Schweine! Irgendjemand muss doch hier noch sterben. da ist eine Tür und hier ist eine Tür. Wuhu! Winkel, winkel! Komm! Komm! Sei mutig! Komm! Komm! Noch einen mitgegeben! Haben wir noch wen hier? Wer ist denn hier noch drinne? Ist die andere Tür auch auf? Uhuhu! Ist hier noch jemand? Okay, drei sind entkommen. Brutaler Killer. Der war jetzt nicht so erfolgreich. Ich wollte ja ein paar abschnetzeln eigentlich. Aber gucken, vielleicht nächste Runde. Da wird aber geschlachtet. Da werde ich mal einen anderen Killer ausprobieren. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. War jetzt nicht das Beste, aber war halt das erste Mal, ne? So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.